Mein persönlicher Luxus ist für mich, dass ich einfach Wert auf einige Dinge lege, wie zum Beispiel Klamotten oder Schuhe, dass ich anstatt viel davon zu kaufen einfach manchmal nur ein Teil kaufe und dass ich davon einfach viel länger was habe. Ja, auf einige Dinge achte, mir zwischendurch auch mal was gönne für mein Zuhause, dass ich mich auch einfach wohl fühle. Das war's für mich, dass ich mich auch einfach wohl fühle.